Hallo Leute und willkommen zurück bei Florencia. Ja, letztes Mal haben wir hier die Queste weiter gemacht. Und jetzt machen wir wieder weiter. Ganz dumm. Denn wir haben ja so viele Jage Dies Jage Das Queste. Und jetzt jagen wir die Guhards. Äh, Guhards Boarheads. Guhards, lol. Ticker Ticker Ticker. Komm, komm. Wo bleibt ihr? Boah, da darf ich auch noch einen Latsch. Komm, mein Speedpot hier. Hallo. Bitte erscheint. Heute noch. Hallo. So. Ja, toll. Einer. Was soll ich mit Einer? Trifft ja nicht mehr. Oh. Wir lernen treffen. So. Es fehlt noch ein. Ach da. Oh. Uuuu. Tshuu. Puu. Ey, wieso habe ich dich nicht getroffen? Dat verstehe ich nicht. Warum stehst du dahinten? Man, 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 Fragen über Fragen Toad Das war doch mal cool Alles fliegt rum Weg 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 Ja, Leute, wir sind schon bei 23, wenn wir alle Quests sagen. Mann, 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 Mann. Es geht ja echt ab hier. Zumal, ja, die Insel ist mit 24 Ende. Das heißt, dann kommen wir zum nächsten. Hallo, wo bleibt denn jetzt schon wieder? Meine Güte. Na, na, na. Na, na, na. Bitte kommen. Einmal bitte kommen. Bitte, bitte kommen. Ui. Hab dich, hab dich, hab dich. Und da ist der letzte. Und... Puh. Ja, na, 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 na. So... Müll. Müll, 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 Müll. Wofür nehmen wir überhaupt den Müll? Wofür nehmen wir überhaupt den Müll? Wofür nehmen wir überhaupt den Müll? Ausweich, Abwehr, Ausweich. Das ist doch schon mal gut. Immer schön ausweichen. Nein, mein Buff läuft gleich ab, NOOOOOOOIN! Krass ey, schon wieder eine Stunde rum hier. So, wo bleibt ihr denn? Verarschen? Hallo? 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 Hallo, Moto? Hallo? Mann 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 1 Krits 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 Bam! Kritz! Da war mein Kritz! Juhu! So, jetzt hin da hoppeln! Hoppeln mit den Beinen hin und her! Lalalala! Kommt schon... Watch Shots brauche ich eigentlich... Moment, die mach ich eben... Oh! Da ist hier noch ein großer, weil... Naja, mehr Erfahrung... Hä, wie kann man noch... Ach egal... Ich frage hier ein bisschen nicht... So, jetzt schnell hin da... Hin da hin da hin da... Wep, wep, wep... Scream back! Wep, 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 wep... Und... Er ist immer noch da, Kloppers... Ich hab sie schon mal... Nein... Lass die Statue... Hey! Das ist die Statue... Du... 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 Red Fox! Du... Du... Ey, ich brauch dich! Ey, klau mir nicht, Mann! Mann, Mann, Mann! Mache... Pfff... Ein mal chief... Anya... Was ist denn jetzt mit der Quest? Ahno... Schon fertig... Oh, ich musste eh die Leute aufloten... Hallo? Das war's. Too easy. Na Leute, also nur noch die Watchops. Dann gehen wir mal wieder hin zu den Watchops. Dann haben wir schon wieder alles. So, wo seid ihr denn? War ja klar, trofes Schwein. Naja, wenn du mit sterben willst, Schwein. Kein Thema. Auf deiner Verantwortung. Und du das sogar als erstes drauf gehen. Hm. Platsch. 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 Dann haben wir nicht schon mal genauer. Auch 20 Stück davon. Killen. Und jetzt schon wieder. Min min min. Hör mal diese Killerei hier. Gewalt ist keine lösen. Okay. Hier ist auch nix. Ahaha. Und Achselhaare noch drin. Jo. Hallihallo. Ich warte und warte und warte. Ich bin jetzt keine kleine Anpassung. Fast 50% Dann wäre es ja schlauer, wenn ich erstmal level. Bis ich meine prozente habe. So um die 60%. Und dann einfach mal. Ja. Dann einfach. In die Stadt gehe und alles abgehe. Genau das mache ich jetzt auch. Dann spar ich jetzt. Zeit ist gelb Äh gelb Äh Geld Mein Gott Zeit ist gelb Oh mein Ohpah Alles hier voller Wanshocks Lalalida du Ladidadida Ladidadi Hallo Hau tot Hau drauf Einfach drauf Zack Guck Mit einem Stich ist alles weg C war Stachleck Ui Mir fliegt schon alles aus den Händen Sooo Wo ist denn jetzt hier Ach Das war Nadine in Ron Das war Lisi Und Claudia Das ist auch ein Ron oder? Na Kastler Ihr merkt schon Wir haben immer mehr Quiste Das wir hier weg sollen Und das hat auch seinen Grund Nämlich wir sind hier bald fertig Nach so langer Zeit Freunde Das hat auch seinen Grund Ist doch geil Ist doch geil Man hat zwar ewig gedauert Und viele Parts Gebraucht Aber immerhin Wir haben es geschafft So gut wie Wobei ich noch für den Boss Hilfe brauche Das wird auch noch was Den Boss schaffe ich sicher nicht alleine Obwohl Es gibt es glaube ich nur 2 Bosse Die ich noch nicht habe Oder habe ich Naja Eigentlich nur 2 Ja Normalerweise schon Mein Gott Die stehen da alle irgendwo Zum Glück treffen die mich nicht so hart Wie andere Viecher Die noch kommen werden Und die Monster sind ja noch alle No Skill Monster Von daher gehts ja noch Wenn ich Skill Monster komme dann wirds hart Dann wird richtig 3 4 4 Ich Also braucht 4 5 5 5 6 7 6 10 12 12 15 15 ah... 38.. 38.. 28.. Den mache ich nicht... den mache ich auch nicht.. ...ja.. ...schaut doch nicht übel aus.. Naja, whatever. Wir müssen jetzt erstmal darauf achten, was wir sind. Das ist gleich 23. Oh, später. Keine Ahnung. Wir haben ja 4 Quests. Ich hoffe, einige sehen. Das wäre nicht übel. Aber ich weiß es nicht. Da ja jede Quest anders viel gibt. Und... Puh. Und... Puh. 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 Wir haben es gleich. Endlich. Auch wenn ich schon wieder überziehe mit meinen Folge. Aber immerhin, wie ich sagte, Zeit ist Geld. Was bist du denn? Krokodil? Dino? Ach, keine Ahnung. Irgendwas, was Knochen hatte. So viel steht fest. Hm. Hm. Jetzt die Frage. Wo, wo, wo bleibt ihr schon wieder? Komm, Martiné. Das ist ein First, ein Watch... Noch einer, noch einer. Lalalidalu. Lalalalala. Lalalalala. Und... Schakpum. Hä? Treffen die mich jetzt gar nicht mehr? Seid ihr krank, Füchse? Und... Bauch... Auf der Hilfe. Tappappappappadam Aaaaaaaand Tchu Puuu Lalalalala Lalalalala Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalal Ihr habt nur Müll bei euch Meine Güte So ein Müll Ein Ratschfuchs Und Circa 5% Noch Dann haben wir schon wieder ein Level ab Meine Güte Wie fix Tappappappadu So Ja Das ist Aus Dankeschön Und Und 4 Zoll-Jobor-Heads. Gucken wir, ob ich das schaffe. Mal schauen, Leute, wa? Zur Not, wenn ich tot bin, kann ich mein Speicher-Ding nehmen. Dann bin ich wieder da. Was zu beachten ist, wenn ihr zählt, ihr müsst immer ein Stückchen wahren. Und zhauen sie ab von alleine. Und das kann ärgerlich sein. Ui, 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 ui. Komm. Wie, abgebrochen. Nix abbrechen hier. Scheiße. Hilfe, Hilfe. Ja, Leute. Was wichtig ist, wenn ihr so viel AOE-t, dass ihr immer in Bewegung bleibt. Und ihr müsst es ungefähr überleben bis zur nächsten AOE. Sonst ist euer Ende nah. So. Komm, komm, komm. Komm. Und... BAM! Boah, das war doch mal nicht übel. So. Und unsere Prozente passen auch. Machen wir noch den Geschrott und dann passt das. Und... Puh. Mann, Leute. Wie das alles hier passt. Ist ja wunderbar. Nein. Nein. Mein Gott. Wie nur Rückseburi. Genau. Der Lord will ja alles vers... Lord, Femi, Lord, Femi. Zwei. 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 Chauderic. Und da ist der Lord Mord. Und Pen 91. Du bist sicherlich erschöpft, aber ich habe einen neuen Auftrag für dich. Hm. Bitte erledige ihn schnell und vertraue dich. Sind dir während du des Jagen des Monstermachtes jemals Statuen aus Knochen aufgefallen? Wirst es nicht glauben, aber die Statuen wohnt eine böse Macht in. Bitte zerstöre die Statue und bringe ein paar Bruchstöcke als Beweis. Oh, das ist... All die Probleme der letzten bereiten mir Kopfschmerzen zu. Wirklich gut fähige Leute wie dich zu treffen. Mein Gott. Ich schleim nicht so viel. Jetzt kommst du noch aus der Nase. So Leute wie dich blablabla. So. Also das nur eine Statue, die wir gerade als letztes kaputt gemacht haben. Einfach kaputt machen und die Sache davon loben. Das ist alles. Ist ein bisschen lächerlich, aber naja. Whatever. Sag dich da nur zu, Freunde. Jamie. Mit den Bruchstücken in der Hand schließt Jamie die Augen und konzentriert sich. Oh nein. Wir hatten recht. Dies ist das Werk der starken Bösenmacht. Meine Hände an Sitte immer noch. Deswegen haben sich die Füchse also verändert und willkürlich Menschen angegriffen. Die Statue macht sie so aggressiv. Vielen Dank für deine Hilfe, da ich diese Schwimmelwahrheitsbereit geahnt habe. Habe ich einen Brief vorbereitet. Könntest du diesen Brief zu Lord Leonel bringen? Okay Leute, das machen wir aber beim nächsten Mal. Also bis dann und tschau.